einen wunderschönen guten tag und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge minecraft ich habe die wege fertig gebaut und zwischendrin habe mir mal schnell diesen tisch gebaut und das wollen wir mal rauskriegen wie das funktioniert ok weil ich auch keine ahnung habe wo der das teil jetzt hin baut oder naja ich weiß es nicht welchenholzbretter oder nehme ich das dann da raus und setzt das irgendwo hin weiß es nicht eigentlich noch mehr öfen haben wir glaube ich auch noch drin bisschen eisen mehr brauchen warte mal gibt mir mal eine werkbank so stellen wir uns mal eine werkbank hier auf und können wir ihnen gleich das zeug credenzen servus gut 56 davon zwei stufen geben ob man die zwei stufen die zwei stufen rein die zwei höfen rein zur wittigkeit jetzt muss halt nicht versuch gerade häuser bauen zu lassen und an diesen frühen morgen schon aus dem bett gefallen so wir haben es ja erst was haben wir denn jetzt eigentlich wir haben es ja gerade schmacht hochsteintreppen ich möchte den hom 3 ok was soll man es jetzt 10 18 nehmen wir mal hier jetzt das ist jetzt so ewig her dass ich das gemacht habe mit dem zeug hier gucken ob das so funktioniert falsch tür da muss man so dann hat er gesagt auch mal magitta hammer truhe will er haben zwei laba immer gleich okay mir jetzt laba truhe will er haben so truhe haben stein stufen stein stufen glaube ich fürs dach nicht und da können wir gleich mal losziehen ein hammer noch da holen wir noch welche laba laba ist da hinten noch mal richtig glück dass man hier vielleicht ein laba sporn haben also im see alles voll sehr schön können wir gleich die tinkers wieder was rein machen so das ist leer bisschen eisen mal gucken wollen wir uns noch was ist er wieder was dabei rausgekommen soll ok und neuer 56 reisen ok kommt das von da kommt das leben da ist noch mehr reisen sehr geil ok lass ich machen so dann hier gleich das eisen rein zack reicht natürlich wieder nicht zwei mal aber zack zack so hat er verbaut stein stufen sich so steiner ruhig holen die haben wir hier da haben wir die falsche seite sehr schön gut ich glaube ich stelle mir aber eine kiste auf katastrophe da sind habe ich jetzt was zu essen aber ja brauche ich ok stein stufen stufen wieder haben und kriegte neues rezept verfügbar ok wo haben wir es denn so jetzt brauchen wir noch ein bisschen zäune die brauchen wir sowieso wieder irgendwann ein bisschen zäune ich glaube jetzt kriegen wir noch ein kleines problem jetzt kriege ich ein kleines problem ich glaube wir haben kein glas mehr so aber wir sechs scheiben haben und dann kann ich das irgendwo hin bauen ok steht es natürlich auch die kiste nicht im weg die kiste und dann gehen mit natürlich nicht eingesammelt das raus dass das dass das und das eisen brauche ich da drinnen nicht gut aber dann muss es ja nicht hier draußen stehen aber jetzt steht es hier genau so die schmiede will ich da hin das ist natürlich die frage aha nein so passt das schon und jetzt braucht er jetzt strom oder was also könnte ich mir jetzt vorstellen oder man kann ich das nicht dann test das dahin machen na sehr geil das weg falsch rum tut so was tut so was tut so was ja sie tut was langsam aber sie tut was sehr geil wir werden es dann mal noch so 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 ein hat kraft oder so ein handrad hinbauen und dann wird stellen wir dann will ich mal selber ausgaben ergibt das ja eh aus sehr geil dann können wir das wieder rein stellen mein viel gibt es ja dann nicht was er bauen kann was haben wir noch schönes strukturen aber ich konnten will ich geworden mit aus welcher aus und die clean putzen ja das ist ja nichts hier ist noch was großes aber schade dass da nicht mehr gibt gibt sie so viele strukturen in dem spiel aber vielleicht kann man die auch noch hinzufügen keine ahnung das hier geht nix output no selection das sind nur die rein von der sonne gucken ob man da noch welche rein bringt jedenfalls baut er da jetzt erst mal ein haus sehr das zeug mal müsste dann eigentlich fertig sein so fängt er dann irgendwann an denke ich was sieht es denn hier aus naja bisschen was er noch ach ich bin ja jetzt doch einmal darüber nehmen können kann ich das nochmal abbrechen ich probiere es einfach mal genau naja es kann es natürlich sein dass er das nicht fertig baut was nehmen wir denn eigentlich dann für die form wäre so müssen wir selber bauen wir haben wir wissen schade naja ich glaube für die boden und da reicht es dann wieder nicht ja das lassen wir machen da sehen wir wo es nicht reicht ist hier 14 steine abgehen genau da haben wir ein zack das grämmers gras nicht rüber hier genau dasselbe oder sondern ob es dann reicht ja keine energie drin ja lass sie machen so ja diese dinge ich will die wassermühle können wir doch verbinden mit einer wassermühle das reicht ja ich werde mich mal schlau machen ob man irgendwie häuser kopieren kann die die dann bauen und da gibt es das modpack schon her na also frage schon beantwortet strukturen scanner sehr geil soundblock strukturen scanner das ist doch das was wir suchen wenn man der nächsten folge maß und strukturen scanner war und dann gehen wir mal durch den dorf durch das jetzt hier mit die steine ausreicht oder ob da irgendwelche fehlen wenn ich mir schnell noch ein kaffee mal naja okay die reißen wir sowieso wieder weg die machen wir eh wieder weg 16 prozent kein strom doch strom hat er noch da geht es weiter alles klar also damit ist auch diese folge leider schon wieder zu ende ich hoffe ihr hattet ein bisschen spaß und ich würde mich über einen daumen da oben eine bewertung oder ein abruf holen oder einfach wieder reinschauen bis die tage